Wenn man nicht das Freitagsgebet in der Moschee beten kann, was soll man dann beten? Zwei Raqqa? Wenn man zum Beispiel dann auf der Arbeit Khutba macht und Jummah betet, dann betet man zwei Raqqa. Aber wenn man zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit hat, theoretisch, dann muss man normal vier Raqqa für Zuhr beten.